Wann fahrt ihr ab? Fahrt Fahrt Wo müssen wir abbiegen? müssen Du siehst wirklich erleichtert aus. Bist du dir sicher, dass wir hier abbiegen müssen? Bist du dir sicher, dass wir hier abbiegen müssen? Nein, biegt nicht rechts ab. Biegt rechts ab Wie ist der Verkehr am Sonntag? Verkehr am Der Verkehr ist besser am Nachmittag. Wir wollen um 8 Uhr abfahren. Abfahren Weißt du, wann wir abfahren müssen? Weißt du, wann wir abfahren müssen? Das Wetter heute ist wirklich schlimm. Schlimm Ich habe keine Ahnung warum der Verkehr so schlimm ist. Das Restaurant ist neben dem großen Tor. Wenn ihr das Tor seht, müsst ihr rechts abbiegen. Seht ihr Abbiegen Biege ich links oder rechts ab? Biege ich links oder rechts ab? Biege ich links oder rechts ab? Wann fährst du ab? Fährst Ich fahre in einer vierte Stunde ab. Vierte Stunde Vierte Stunde Fahre Bieg an der Ecke ab. An der Ecke ab Wenn du das Tor siehst, bieg links ab. Fahre in einer vierte Stunde Bieg Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020